Wandelbar, der Seenland-Talk, live aus der neuen Bühne Senftenberg. Das Thema der nächsten Sendung. Die neue Mobilität und Infrastruktur. Jobmotor für die Lausitz? Darüber sprechen mit Moderator Dennis Kettlitz. Uwe Burckhardt, der als Chef der DEKRA-Teststrecken auf dem Lausitzring das autonome Fahren alltagstauglich machen will. Die Bürgermeisterin der Stadt Welzow, Birgit Zuchold, die von ihrem Flugplatz aus Waldbrände in ganz Europa löschen will. Der IHK-Vizepräsident Ralf Thalmann, der Wasserstoff nicht nur bei Linienbussen auf dem Vormarsch sieht. Und die Lausitzerin Annette Ströher, die kürzlich erst Elon Musk persönlich an der Gigafactory in Grünheide traf. Schalten Sie ein am 24. Juni um 19 Uhr live bei Seenluft24 im Fernsehen auf Facebook und YouTube.